Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jeder Zeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erde, in Jesus Christus Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Dunkel in der Zeit. Er ist der Ursprung aller Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost, den Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treuen ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für Himmel, mit Jesus Christus Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Dunkel in der Zeit. Er ist der Ursprung aller Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist der Dunkel in Ewigkeit. Er ist der Dunkel in Ewigkeit. Er ist der Dunkel in Ewigkeit. Vielen Dank.